Moin! Willkommen in Hamburg! Im März 2022 finden hier Bauarbeiten an den Brücken im Bereich der Straßen Ferdinands Tor und an der Alster statt. Die Verbindungsbahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Altona ist daher für den Fernverkehr gesperrt. Die S-Bahn ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Wegen der Sperrung beginnen und enden viele Züge des Fernverkehrs in Hamburg Hauptbahnhof statt in Altona. Ein- und aussetzende ICEs fahren über die Güterumgehungsbahn zum ICE-Werk Eidelstedt. Auch ICEs und die Regionalexpresszüge der Linie RE 70 von und nach Kiel und Flensburg werden umgeleitet. Im Hintergrund hört ihr gleich eine Durchsage zu Bauarbeiten bei der S-Bahn. Diese Arbeiten haben nichts mit den Bauarbeiten beim Hauptbahnhof zu tun, sondern sie sind Vorarbeiten für den Bau der neuen S-Bahn S4. Darum fuhren die Züge der S1 in dieser Woche von Poppenbüttel nur bis Barmweg. Information zur Linie S1. In Bauarbeiten fahren vom 5. bis zum 13. März zwischen Berliner Tor und Bahnweg, sowie an den Wochenenden zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf, Busse statt S-Bahnen. Prüfen Sie, ob Sie Ihr Fahrziel auch mit der U1 und der U3 erreichen. Weitere Informationen in den Aussagen und online. Hier stehen wir auf der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Rübenkamp. Dort gibt es eine lange Ausweiche an der Güterumgehungsbahn. Wir sehen die Kreuzung zwischen einem ICE und einem Flix-Train. heißen Sie in der Straße. In this equipment können wir arbeiten. Wir setzen uns mal auf und bleiben. Und hier sehen wir an die Rehrung ihrer G Allyg Class. Wir setzen uns mal auf die Kantein. Wir setzen uns mal auf die Gründe Schuss an. Wir setzen uns mal auf die Kantein. Wir setzen uns mal auf die Kantein. Wir setzen uns mal auf die Kantein. Ein ICET wartet am nördlichen Ende der Ausweiche. Wir stehen jetzt beim nördlichen Zugang zum Bahnsteig der Haltestelle Rübenkamp. Aus Richtung Kiel kommt ein Zug der Linie RE 70, ein roter Doppelstockzug als Ersatz für einen Twindex. Für den ICE geht es danach aber noch nicht weiter. Zwischen den umgeleiteten Personenzügen kommt nun ein Güterzug, einer von denen, die ja weiterhin über die Güterumgehungsbahn fahren. Die Gäste ist dann beim nördlichen Zugang. Sollte Nach diesem ICE in Richtung Hauptbahnhof wird die Weiche umgestellt und der ICE-T kann weiterfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dieser ICE aus Lübeck musste warten, um sich am Abzweighorn in die dicht belegte Strecke einfädeln zu können. Hier seht ihr die Weichen am Abzweig. Die Lübecker Strecke mündet im Bogen von links ein. Der Aufnahmestandort ist auf der Brücke der Marienthaler Straße. Von dort sehen wir auch den Zug mit der E-Lok von Green Cargo nach Norden fahren. Die Lübecker Strecke mündet im Bogen von Green Cargo nach Norden fahren. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Etwas weiter westlich an der Marienthaler Straße hat man diesen Blick. Hier soll die Ausfädelung für die S-Bahn S4 entstehen. Im Hintergrund fährt ein ICE auf der Güterumgehungsbahn nach Süden. Ein weiterer ICE. Zugleich fahren S-Bahnen in beide Richtungen und eine Regionalbahn aus Ahrensburg zum Hauptbahnhof. Hier seht ihr einen RE nach Lübeck mit Steuerwagen von DB Gebrauchzug und drei Wagen aus Nordrhein-Westfalen. Ein umgeleiteter Intercity aus Kopenhagen und eine S-Bahn fahren parallel zum Bahnhof Hasselbrook. Zum Abschluss seht ihr noch je einen ICE und RE 70 von der Brücke der Pappelallee aus. Und damit sag ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017